ja herzlich willkommen zurück meine lieben zuschauer 1 der hd-version von geo g ja wir sind ziemlich in der endphase hello my friend stay a while and listen so den unterdreh noch ein stück hello my friend stay a while and listen wow what can i do for you so verkaufen wir beide die tolle plate armour die uns nichts bringt unser schild wir reparieren unser zeug wow was kann i do for you blest plate of wicker nicht wirklich schilder brauchen wir auch nicht aber aufs truck das ding wiederum ist nicht schlecht wing of the heavens 40.000 was haben wir dazu für ringe alle attribute fast hit recovery ja den sollten wir behalten ja damit könnten wir den da ersetzen so dass wir 10.000 20.000 30.000 40.000 wow what can i do for you also ja was bringt uns das eine rüstungsklasse ein mit max schaden marne und leben mehr und ja wir sind zum glück in diablo 1 da machen wow what can i do for you ach den leben wir einfach als sommelier auf ist irgendwie schade dass wir den plate wo keinen anhänger gefunden haben machen so ziemlich wenig gegner in diablo als lightning damage dass das jetzt nicht ganz so kritisch ist also ja magic damage wäre eigentlich wichtiger und da haben wir sogar 50 prozent und ja wir haben ja auch eine neue quest i sense a soul in search of answers i did not know this lazarus of whom you speak but i do sense a great conflict within his being okay dafür dass sie nicht weiß wer lazarus ist also sie behauptet sie weiß nicht wer lazarus ist aber sie weiter sein großer konflikt in ihm herrscht und dass die dunkelheit in ihm eine große gefahr ist so dann gucken wir mal was ja da so noch zu so dass das was zu sagen hat er ist unser seufall da hier dann der fahrer drinkt in geese sie stammt dann beitzen dann sind sie alle rund um dich lehrer 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 sie sind alle tot tot sie hörst du mich sie fangen einfach zu fallen und zu fallen ja er hat immer noch dass er wird wahrscheinlich für den rest seines lebens aus der kurzzeit wird dieses traume haben und dann hat es noch was ihn und die anderen dorfbewohner verraten hat ja kate meint ich muss mich beeilen um den prinzen zu retten wow was kann ich für dich machen ich war da wenn lazarus uns in den labyrinth das war oh ich war da wenn lazarus led uns in den labyrinth he spoke of holy retribution aber wenn wir starten die in den hellspausen he did nicht so much as lift his maus against dem he just ran deeper into the dim endless chambers that were filled with the servants of darkness also was sagt er war dabei als die dorfbewohner ganz aus gefolgt sind er sowas und dass er eigentlich nichts gemacht hat dass sie sich verraten willkommen to the tavern of the rising sun lazarus was the archbishop who led many of the townspeople into the labyrinth i lost many good friends that day and lazarus never returned i suppose he was killed along with most of the others if you would do me a favor good master please do not talk to farnham about that day good day how may i serve you i remember lazarus is being a very kind and giving man he spoke at my mother's funeral and was supportive of my grandmother and myself in a very troubled time i pray every night that somehow he is still alive and safe ja gut gillian denkt dass lazarus lazarus äh deutsch-englisch genütze das der erzbischof halt ein guter mensch war weil er auf der beerdigung ihrer mutter geredet hat und immer nett zu ihrer großmutter war und sie hofft dass er noch am leben ist natürlich ist er noch am leben ja er macht sich sarkastisch über äh lazarus lustig dass er ja der große noble priester war der so viel gegen die dunklen monster tun konnte und er hat uns vorgeschlagen dass wir farnem fragen sollen haben wir ja schon gemacht und farnem hat uns die wahrheit erzählt dass lazarus ein verräter und lügner ist gut letzter halte stelle pepjen was tut dir mein freund ich war schockt wenn ich hörte was die townspeople planen zu machen diese Nacht ich dachte dass von allen Leuten lazarus hätte mehr Sinn als das er war ein archbishop und immer so sehr für die townspeople von tristram so viele waren verletzt ich konnte sie nicht alle schützen ja und pepjen ist immer noch verstört darüber was für eine verrückte idee die dorfbewohner hatten oder die stadtbewohner dass er eigentlich gedacht hat lazarus würde sie davon abhalten aber es war ja eigentlich sein ziel sie anzustapeln gut das heißt wir gehen wieder in die tiefen so und dadurch müsste jetzt eigentlich endlich das portal aufgegangen sein stimmt ich hatte nämlich vergessen man muss mit kane vorher reden also nachdem man das zepter erhalten hat um das portal zum unholy outer zu öffnen ja und lazarus lehr ist ein extra gebiet ja und lazarus lehr ist ein extra gebiet ja in dem wird ziemlich viel helles spawn rumläuft das wird nachher noch lustiger werden ja das sind die advokates oh ja das sind die advokates advokates sind nett erstens porten sie sich hier dagegen drum das wird dann übrigens nachher gegen lazarus der nämlich auch seiner ist recht lustig werden vor allem gegen die funktioniert der taunt nicht das auch noch mal das ganze schwerer macht geht ich weiß es okay ja eigentlich sollten wir denen Stone Curse dann nachher benutzen auch. Und auch immer wieder speichern. Also den Stone Curse gegen Lazarus benutzen. Um den Kampf etwas einfacher zu machen. So, zwei sind tot. Feuerbälle sind nicht so schön. Ihr seht, warum. Gott sei Dank habe ich mich mit Tränken eingedeckt. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. So, die beiden töten. Da sind wir noch einen Vorteil. Wenn man Fernkämpfer ist. Als Nachkämpfer müssten wir uns zu denen rein porten. Vor allem, wir könnten sie nicht vorher töten. Wir müssten erst mal ihm vorbeilaufen, die anderen töten, die wegrennen würden und dann die töten. So, wie ging das noch mal? Nee, was draufschmeißen? Nicht. Äh, war es jetzt hier drauf? Ja. Da können wir ja eine Cutscene Ja, und da geht jetzt die Luzi los. Also erst mal müssen wir die ganzen Weiber loswerden. Das ist jetzt die Luzi loswerden. Ich bin auch noch nicht der Luzi loswerden. Dann haben wir noch etwas von euch, dass er die, was er mit dem ist, dass er in einem ganz gut betrifft sich die Luzi loswerden. Aber dann kommt er in dem mit der Luzi loswerden. Und dann geht's in der Luzi loswerden. Der Great Helm sieht hier doch toll aus. So, Hard-Leadered-Armor. Hm, nichts besonderes. Long-Bow, Short-Bow-Bow, Splint-Mail, hmm, Indestructible or Identified. Ich kann zwar weniger Rüstung, könnte allerdings was sein. So, Stone Curse. Oh, oh, er hat noch Freunde bei sich. Das ist nicht so schön. So. So, Lazarus. So, Lazarus. Gut, das Kind hier ist übrigens nicht das Kind. Also das ist nicht Albrecht, der Prinz. Das ist ein anderes Kind. So. So. So, wir haben die Scroll-of-Town-Portal gedacht, sonst hätten wir kein Problem. So, jetzt heißt das Zeug identifizieren. Gegebenenfalls Zeug verkaufen. So. 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 Hallo, mein Freund. Ja, okay, wenn das Neues hat er nicht zu sein. Dann identifizieren wir erstmal alles. So. Was haben wir denn hier Schönes? Die ist nichts Maid of the Ages Ist auch nicht so besonders Oh, drei Power of Vigor Nur drei bis sechs Damage Ist nicht so ideal Plus 18 zu Vitality Ist jetzt auch nicht so Der Brenner Der Helm vielleicht eher Hat doppelte Rüstung Und minus vier von Enemies Wie wirkt sich das Wie viel Vitality? Die elf gibt der Sind siebzehn Weniger Vitality Und ja Die Resistenzen gehen weg Das würde ich ungern Wir vergleichen einfach mal Direkt dann Wie Viel wir für den jeweiligen Helm kriegen Wow What can I do for you? Ah Du sagst nichts über Diablo Also die Armor of the Lion Können wir verkaufen Maid of Ages auch Und Power of Vigor Auch Und so wie es aussieht Ist unsere Ember Herrm of Brim Besser Hast du noch was Was wir kaufen Ja immer noch Diese Blessed Plate Sword Shield Ne Leider nichts So das beiden Gehen wir mal an Gold Um uns wieder einzudecken What ails you my friend? So Was sollte eigentlich an Heil trinken Und somit reichen Oder Wie Untertitelung des ZDF für funk, 2017